Was ist denn jetzt, oder? Nein! Oder ja doch! Es wird regnen. Hm? Gerade war es 20 vor. Das sind aber nicht schlecht. Ich hoffe, dass das dann aber stattfindet. Das ist ja geil. Warum rät das denn nicht? Jetzt habe ich den Zutaten abgedreht. Dann kann ich den Zutaten abgeben. Und jetzt mit dem Zutaten abgestalten. Das ist jetzt ein bisschen. Alles ist gut. Aber damals hat sie auch so wenig. So, wo man da eben öffnen kann, das ist nicht so. Gleich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.